Wenn ich nicht die Absicht hatte zu fasten und bis zur Hälfte des Tages noch nicht gegessen habe, kann ich mich dann dazu entscheiden? Ja, das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls gemacht, als er zu Aisha r.a. nach Hause gekommen ist und er sagte zu ihr, gibt es etwas zu essen? Sie sagte nein, er sagte dann, fass dich. Das heißt, aus diesem Hadith erfahren wir, es war vorher nicht seine Absicht gewesen. Aber nach der richtigen Ansicht, man bekommt erst den Lohn ab dem Zeitpunkt, wo man angefangen hat zu fasten. Weil ich die Taten entsprechen den Absichten.